Kumbaya, my lord. Alle guten Dinge sind drei. Die Map hat wohl auch schon in Season 2. Alle zu drei. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Hardline. Banküberfall, Eroberung groß mit Mane und Kindern-Extreme und den Dirty und die Klubbäufe. So, jetzt geht's hier gleich um die Wehwin. Alles oder nichts. Hopp oder so. Bravo ist dran. Ob du wirklich richtig stehst? Siehst du, wenn der Wehwin. Ich meine, komm, wir rennen zu B. B. Da blinkt es bei B. Oder auch nicht mehr. Da blinkt es nicht. Was ist denn los? Wacken schnade hier, oder? Hallo. Hi Munker. Na? What's up? Soll ich aufmachen? Ich hab einen. Wurz ab, schön. Ist offen. Blau. Belli, was machst du denn da? Du bist ja auf dem Boden. Da sind sie doch. Entschuldigung in den Pfeiler. Aua, aua, aua. Herr Wein. Alter, da lag einer. Ich denke, ich bin gar nicht durch der Block. Die bleibt liegen. Ja, die bleibt liegen. Nicht weg zu wegen. Was soll ich sonst machen? Alter, hat er mich in Tee brüttelt? Er sagt doch seinen Namen. Wie hieß er? T-Bag-Monster, oder was? Mit Verlaub. So, wo geht's hin? Gibt's Einsatzziele oder sowas? Irgendwie in der Art? Nee, nee. Nee, das ist ja alles eingenommen. Achso. Das sieht doch gut aus. Zweimal eine Noterzahl. Geht. Bei C ist irgendwas. Kinder. A auch. Ich geh zu A. Ich auch. Die Treppe hoch, ne? Nämlich die Treppe. Ja, ich auch. T-Bag-Monster. Den habe ich gerade untergeholt von seinem Kabel da. Oben sind zwei Mann. Nee, T-Bag nicht vergessen. Bei C. Auf deinem Dach dann noch welche. Gibt's ja eigentlich schon private Server? Ja. Ja, ich kann sie mieten, ne? Scheiße. Oh, nee. Ey, ist die M16-A3 so sch? Ja, ich hab schon mal gesagt. Letztes hieben. Ja, natürlich. Warte mal, Medikid liegt hier. So, C ist unser. Ich bin so irgendwie taub, irgendwie so ein bisschen so. Da kommt, oh, da kommen viele rüber, da kommen viele rüber. Und wo denn? Da kommen viele rüber. Ich hab einen habe ich. Alter, der liegt hinterm Auto irgendwo. Nein. Wo kommen die denn her? Ein bisschen angefixt. Ja, ich bin tot. Liegt da so faul rum? Ich glaube, die sind unten, ne? Ich glaube, ich nehme mal eine andere Waffe, ja. Irgendwas hat explodiert und dann... Jetzt bin ich taub, irgendwie. Sie haben unser Gebiet. Ja, ehrlich, das ist irgendwie so. Macht ja sonst auch keinen Spaß, ne? Hört sich so ganz komisch an. Hast du keine Ohrstöpsel drin? Doch. Nein. Aschne. Na, ist so. Kannst du jetzt kaufen mit einem neuen Update. Muss nochmal nachgucken, Mann. Nö, ist nicht. So ein paar pinke Hörschutzern. Als Gadget gibt's nicht, nee. So eine Ohrstöpsel zum Reinstecken. Alter, Alter, was? Ich hab keine Muni mehr, Alter. Nett, Muni. Warte? Nee, ne? Alter, Riffa. Kann der jetzt ja nicht mit Handgun rummodellen, Alter? Man kann alles. Wenn man nur möchte. Alter, ihr habt doch sechs Schuss, das Scheiß. Trefft ja gar nichts damit. Ja, geht nicht. Na, mal gucken. Vielleicht wird's ja jetzt gleich ein bisschen besser anders. Ja, jetzt geht's ja. Schau davon, wo Schrittbrände dann dauern? Wunder wir. Bäh. In den Pfeiler ist da eine. Oh, ich weiß gar nicht, wie der jetzt hinter mir so schnell ankommen konnte. Die sind ja überall links. Dahinten steht ein Telefon in der Ecke. Ja, nicht. Macht der Telefon weg. Boah, die kommen alle da runter. Sehr schön. Wie viele, wie viele auch. Warte? Ein paar sind das. Ein paar ist gut. Ja, drei eigentlich weggeholt. Ich meine, ich hab auch zwölf. Drei Stück. Ja. Ha ha, hab ich mich selber gerade ein bisschen erschrocken über meine, meine, und so weiter. Es geht nicht so. Es brennt wie Feuer. Ein Abenteuer, ein Abenteuer. Man, lass doch hier witzig. Wir müssen von der anderen Seite ein bisschen hoch. Alter, ihr Schreie. Ich hab hier ein Telefon. Oh. Hier laufen durch mein Gas. Ach, Mann, oh. Huren. Ja, und der holt mich dann auch, oder was? Tröppel. Mutter. Jungs, die haben alle Punkte. Ja. Echt? Das Team schwächer. Anfang hier sagt, dass wir gewinnen. Nee, ne? Oh. Oh, hier im Flur, hier im Flur. Zwei Leute tot. Wenn der D-Wagner, wer da auch immer gelaufen ist, aus dem Büro raus. Nein. Ähnlichst du ihm. Oh. Scheiß Bollen, Alter. Ja. Hehehehe. Hehehe. Kack Wollen. Ja. All Cops. All Cops are Bastards. All Cops are Blütenkohlen. Nur die Verleihung, ich dachte immer Bastards. Ne. Okay. Ich will immer Leute rein-reanimieren und werden dann erschossen. Jemand muss sie mir vom Hals schaffen. Er schießen. Dann rein-reanimieren. Du da. Ich war ja knapp. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du da. Et-Et. Ja, na klar. Scheiß Sniper. In jedem Scheiß-Spiel gibt's so ein Sniper-Gewehr, ne? Meine Fresse. Ja. Außer bei Skyrim. Ich wünsche, der geht mir auf den Sack. Nein, jetzt lässert der mich. Der spielt nur Cobra. Äh, nur Gold-Dios. Ey, der geht mir auf den Sack. Der hat damit schon 100 Gold-Service da. Ich bin hier nur am sterben. Sterben. Ich auch. Bin es ja wie immer. Wie früher. Oh. Hab ihn. Volltreffer. Einer von uns am Boden. Natürlich sitzt er mit einer Sniper-Enger. Na, 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 na. So. So, jetzt auch eine Buch mit dem Schnipper. Jetzt, pass auf. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt gibt's auf der Mütze. So, ich muss bloß irgendwie mal hoch auf Dach. Hier ist ne Dach. Hoch hier. Pass auf. Ich weiß, wer gleich stirbt. Verrat's aber nicht. Dann gleich wieder Rumi Heule. Ja, Mucker, muss mal aufhören hier mal mit seinem Rumi Flame. Ja, ist so wahr, oder was? Da sind die schon wieder hier auf dem Dach. Alter, guck mal, ich hab's mir drei weggeholt. Hui. Was macht die denn da? Ja, fickt euch, Alter, ihr kleinen Homos, ey. Echt. Ich muss mit der MP spielen. Mit der MPX. Mit der MPX muss ich spielen. Mensch, wo ist der denn immer? Ja, der hat... Steak out. Ich nimm mal ein Reflex, wie sie ihn wieder. Ich bin nicht schon hier. Ich hab' einen. Aua. Ich hab' einen, ich hab' einen, ich hab' schon wieder beschossen. Ich hab' mich grad rausgeguckt, schon ein bisschen. Sind die beschwert, oder was? Die sind doch fertig. Ja. Schon wieder dieser Homo, ey. Hammer. Das muss nicht wahr sein, ne? Ich hab' den Sprengsatz platziert. Ist das Munition drin, oder was? Du darfst. Hui. Hui. Ich hab' meinen Kopf, hier bitte. Ich kreff' den nicht, ne? Das darf ich wahr sein, du echt. Ja! Ich schmuchtel da wieder um die Ecke, ne? Braucht die Muni? Hab' ich. Ja, leg' hin, die Muni. Ey, sag mal, spielst du echt mit der Schrot? Nee. Schwer. Wiss ich nicht, wer das hier ist. Warte mal, wer das ist. Warte mal, wer das hier ist. Warte mal, wer das hier ist. Komisch, die brauchen ungefähr 100.000 Kugeln, bis sie umfallen. Das ist ja ganz eigenartig alles. Ich geh aufs Dach, also. Wir sind da ganz viele oben auf dem Dach, wollte ich nur mal sagen, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, und... Nein. Ja, komm, von ein... Nein! Oh, bitte, Mann, no! Ja, von wo? Ja, hat sie gezeigt, du? Robbe, Junge. Boah. Alter, er liegt auf dem Kronleuchter, oder was? Oh. Ja, in der Mitte vom Raum. Tatsächlich. Und auf dem zweiten Kronleuchter. Auf dem Kronjuwelen? Alter, was sind das immer so ein Wichser, oder? Das ist doch... Habt ihr ihn weggeholt, da? Mensch, der mit seiner Doppelschrotflinte geht mir erst mal auf den Sack. Ey, der ist doch nicht da. Oh. Alter, der 10 zu 15, ne? Ich... Ey, ich hab 9 zu 13. Auch nicht viel besser. Also, ich find das Spiel, ne? Das nominiert sich selber für Playstation-Plus-Mitglieder. Kostenlos, find ich. Weil das ist... Krütze. Das ist echt... Letzte Krütze. Krütze, sagt er. Weißt wie, loko, roko. Hehehe, loko, roko. Mensch, steht er ja schon wieder mit seiner Scheiß-Doppelschrotflinte. Ich komm schon von der anderen Seite. Ne, da guckt er natürlich nach oben. Mongo. Entschuldigung. An alle Mongo-Zuschauer. Was gibt's denn hier noch für schöne Waffen? Hier gibt's irgendwas Schönes. Oh, wo war er denn jetzt bitte? Ja, natürlich. Ist der da immer noch drin, ne? Ich hab jetzt eine RPG. Also, die Auswahl an Waffen ist ja echt für den Arsch, ne? Immer noch, ne? Ne, ist geil. Hinter dir. Ich muss hier abhauen, leider. Ich muss hier weg. Hilft da jetzt nix. Nein! Ich hab meine Halswäsche schon wieder. Ich kann nicht mehr Halsschmerzen machen. Aber das war ich bei mir. Nicht wahr. Boah, 86 zählt als ich hier. Ich bin auf. Oh, da kommen welche zum Eingang hoch, Beko. Oh, ich hab die Piff-Buff im Anschlag. Kommt noch einer, kommt noch einer. Ach gut, ich bin tot. Ja, ja, sind's wehe. Der Erste hat mich schon geholt. Höchsthaft. Wir haben hier. Ich hänge 1.1.4.3. Ich bin meine Bissche-Basic-Everface. Jetzt müssen die Einsätze schneller gehen. Bleib, 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 bleib. Ach so, kriegt man eigentlich irgendein Brücken? Hier mal jetzt. Das war ja nicht aufzuhelf. Bleib, 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 bleib. Bleib, bleib. Die wird nicht bekommen, ne? Ich bin schon dafür nicht geparret. Die Cops sind beseitigt. Gut gemacht. Kannst du auch, Mugga. Alter, komm, ich gucke ihn da an. So. Hey, da ist einer am Parkhaus. Die ist gerade eh nach runtergesprungen. Oh mein Gott, ey. Ey, der hat mich jetzt schon dreimal in Ruhe. Das ist ja echt ein dramatischer Junge. Hammer, ne? Voll der Kette, Alter. So ein bisschen jetzt verliebt. In DxQ. Mensch, wer ist denn um am Treppenhaus? Wer war denn da gerade drin? Ich nicht. Ey, ich sag mal, seid ihr dumm, oder wat? Man, es läuft gut bei dir, oder wat? Ja, doch, es läuft. Mann, er hat 32,11. Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Echt? Wie machst du das? Skill. Kill. Schießen. Ah, der... Bitte? Fancy Nebenluft gerade. Ich überlege mir gerade ein Wort mit F. Scheiße. Mit F. Vogel. Jawohl. Genau. Ja. Scheiße. Scheiße. Überlege mir gerade ein Wort mit F. Scheiße. Ich hab ein S verstanden. Nee, mit... Mit Vogel F. Alter, doof, ey. Wort mit N, Wort mit F. Scheiße. Ja, aber du, bei manchen ist das auch ein Wort. Da ist einer bei der Lobby. Alter, wieso? Das ist halt... Der fragt sich nicht. Wieso, weshalb, warum? Alter, nie ein Ruhlschlag, ey. Das ist doch kacke, ey. Ich bin nicht weggeschossen da. Ich bin nicht weggeschossen. Jetzt, endlich. Keine Muni mehr. Ja, ich glaub auch nicht mehr. Ich hab nur noch 152 Schuss. Ja, ich glaub auch nicht mehr. Wer setzt diese Bastardes? Wer ist festgegangen? Muni ist oben, ne? Oh, ist oben, ob ich da noch hinkomme. Oh, wir stehen hier alle auf dem Dach rum. Muni ist oben. Alter, gib mir bitte hier. Ja, jetzt hat er mit. Wo sind die denn jetzt gerade? Überall. Überall unten, glaub ich. Keine Gnade, nimmst du hierher? Ich nehm mir mal ne Seil. Mal gucken, ob wir den waschen. Ja, bestimmt. Sag mir mal nicht so abwerten. Aber wir gewinnen. Sag, schütz mich mal in meinem Vorhaben. Ich hab mich jetzt voll für die Idee. Ich werde die Falle so konzipieren, dass es nicht möglich, selten dem ich ihn in die Reintritt. Ja. Ja, hier unten stehen sie. Ich muss Sniper spielen. Ich muss Sniper spielen. Ist ein schönes Spiel, ne Mokka? Ist geil. Ja. Wir waren, Junge. Wir waren. Hey, die Schnappszahl. 2020. Geil. 21, 22. 37, 15. Mann, du bist doch ein Schieter, ne? Ja, echt mal. Ich spiel grad an meinem Brustwarzen. Ja, dann spiel mal weiter. Lieber Moment, das wollen wir euch, das wollen wir euch vorenthalten, wie man an seinem Brustwarzen spielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Und bis demnächst. Lasst mich, dasね. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel. Bing dong.